So, kurzes Zwischenfazit, äh, bald ist es soweit, ich brauche noch 53k Sand, äh, der ganze, äh, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, Rotz ist schon gespeichert hier drinnen und, äh, tja, das hier wird also gleich fertig sein, irgendwann gleich, um es genau zu sagen, äh, ich weiß noch nicht genau wann, aber, ähm, um Punkt 15 Uhr werde ich auf Twitch, äh, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, ähm, werde ich auf Twitch streamen und das ganze Ding fertigstellen und damit dann faktisch und Folge 160, äh, beenden, ähm, und, tja, naja, mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen, ich warte hier bloß schon die ganze Zeit und nur mal so als Just-for-Fun-Info, Minecraft lasse ich mittlerweile schon 8 Stunden durchlaufen, also, nur damit ihr wisst, wie lange das mittlerweile schon dauert, äh, ähm, tja, ich würde mal sagen, pja, tja, was sag ich dazu, hä, einfach einschalten, seht ihr ja dann, wenn es fertig ist, äh, natürlich kommt das Video auf YouTube, wer warten will, ne, also, kein Pro, keine Sorgen deswegen, nur halt eben, ne, falls man es live mit erleben möchte, ha, ja, das ist einfach, ganz toll, ne, ja, äh, ne, ähm, tja, man sieht dann um 3, ne, äh, bis dato, bye-bye. Bis zum nächsten Mal.